So, jetzt geht's los, eine 4-Titel-Kajaktour auf dem Rhein. Stachentumor von Mombach aus, liegt dann bei Mainz und wir sind jetzt zu viert. Eine gute Gruppe als Festkajaks, außer ich, mit meinem Luftballon. Nachtrag zu fünft, ich habe mich selbst vergessen. Ich dachte, noch ist ein Boot da. Da sind wir gestartet und wie sieht man jetzt auf dem Rhein, ein ziemlich heftiger Gegenwind. Dann weiß man, wo man ist. 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 Da kommen uns zwei Paddler entgegen, aber die haben es leicht, die haben Rückenwind. Jetzt sind wir an den Erstlagerplatz, kurz vor Bingen. Heute sind wir nicht weit gekommen, aber man geht dann ins Bingener Loch rein. Das ist jetzt eine maximale Beschleunigung. Bookstablos, es kommt dann ins Bingener Loch im Kopf. Drei, das war's. Wir müssen jetzt nicht in der Stunde. Wie ist es? Dann bin ich zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal. So, runter vom Sand und auf geht's zum Bingerloch. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier ist der berupt Donnerbalken. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt schauen wir mal, wie die ganze ausschaut bei Regen. Bis zum nächsten Mal. 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 Also. Wenn jemand bei seinem Hochwasser abgetriebenes Boot sucht. Hier ist es. Heute ist der dritte Tag der Reise und wir spielen hier doch nicht, fünf kleine Jägermeister, wir sind alle noch an Bord. Und wieder war es ein Sandstrand, in Zinschatt grüße von überall her der Sand. Er startet und weiter geht die wilde Jagd. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier habe ich mal die übliche Bombe eingeschlagen, aber eigentlich, warum ich Sand so hasse, überall Sand. Der grüßt noch ewig. Auf geht's zum letzten Tag der Reise. Da war unser Campingplatz und jetzt geht's los, den Wind entgegen. Ich habe wieder ein gutes Lüftchen in der Nase drin, das wird wieder interessant. Und jetzt da oben ist die älteste Burg am Mittelrhein und da waren nochmal die Reichsinsignien gelagert, kurze Zeit. Jetzt sind wir aus dem Altwasser raus und der Wind ist lange so stark wie gestern. Ich wünsche es noch. Oh, das sagt weniger Wind, er ist wieder da. Hurra! Das ist meine Chance. 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 Was ist meine Chance. Das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020